Ein neuer Trend aus Amerika hat mich erreicht Feuerbohren 2.0 Um was geht es in dem Versuch? Im Prinzip um den Bowtrill mit nur einem kleinen Unterschied wir machen Bowtrill ohne einen Bogen vielleicht weiß einer von euch wofür diese Technik sinnvoll sein soll ich wäre dafür dankbar wenn mir das jemand unten in die Kommentare schreiben könnte aber es ist halt einfach wie so oft ich kann der Versuchung nicht widerstehen im ganzen einfach mal einen Versuch abzustatten so anfangen tut es wie immer ich habe mir hier einen Haselnussass geholt einen trockenen macht hier vorne nur so eine grobe Spitze so schön müsste es eigentlich immer gar nicht sein das ist alles ein bisschen überbewertet immer das reguliert sich ja nachher durchs Drehen sowieso dann hinten eine neue Spitze für das Griffstück so fahren wir mal ein bisschen vorgebaut hier habe ich einen Ast zum gegen blockieren und einfach nur ein Stein als Unterlage hier habe ich meinen Handgriff mitgebracht war schon ein Ranzig er wird nun gut und die Schnur ja und Sibiel dann Bis zum nächsten Mal. Wir drehen die ganzen Augen, wir blästen die ganzen Rotts ins Gesicht ab, Bruder. Ich habe mir also gerade die Aufnahmen zu diesem Bowdrill angeschaut und möchte euch wirklich mit auf den Weg geben, macht das unter gar keinen Umständen nach. Die potenzielle Gefahr ist einfach viel zu groß, dass ihr euch irgendwie die Spindel ins Auge rammt, in die Nase, die Zähne ausschlagt oder irgend so ein Blödsinn. Es ist zwar eine interessante Idee, aber unter gar keinen Umständen zu empfehlen. Es lohnt sich wirklich einfach noch schnell einen Stock zu suchen, den ihr dann als Bogen benutzen könnt. Könnte man auch dann vom Namen ableiten. Stay safe. Alles Gute. Bis dann. Stefan.